Horoskop für den 23. Juli 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für WIDA. Der heutige Tag wird dem WIDA eine Menge unvergesslicher Emotionen bescheren. Lebensenergie und Charme werden zunehmen. Sich mit Kunst und Kreativität zu beschäftigen, wird zu inneren Entdeckungen führen und eine neue mögliche Einkommensquelle aufzeigen. Die Sterne empfehlen Ihnen, zu Besuch zu gehen und den Abend in angenehmer Gesellschaft zu verbringen. Alleinstehende werden in ihrem Privatleben erfolgreich sein, aber zuerst müssen sie den Plan der Kommunikation mit der Person, an der sie interessiert sind, ändern. WIDA Horoskop für Männer. An diesem Tag sollten sich wieder an das Risiko erinnern, in einen Unfall oder eine andere unangenehme und lebensbedrohliche Situation zu geraten. Besonders vorsichtig sollten in dieser Hinsicht Menschen sein, die sich sportlich betätigen, sowie beim Autofahren. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie auf Reisen sind und auch die Sterne empfehlen Ihnen, eine Zeit lang nicht an extremen Sportereignissen teilzunehmen. WIDA Horoskop für die Frau. In der ersten Tageshälfte wird der WIDA eine neue Bekanntschaft machen, die später einen bedeutenden Einfluss auf Sie haben kann. Versuchen Sie, Ihre Fähigkeiten aus verschiedenen Blickwinkeln einzuschätzen, das wird Ihnen bei Arbeitsprozessen helfen. Wenn Sie eine romantische Verabredung planen, seien Sie vorsichtig, es kann plötzlich zu einem Konflikt eskalieren, es hängt alles von Ihrer Fähigkeit ab, die Situation zu glätten und Kompromisse zu schließen. Horoskop für heute für Taurus. Stier. Konzentrieren Sie alle Ihre Energien auf häusliche und tägliche Angelegenheiten. Ab heute kommt eine Zeit, in der Sie sie selbst sein müssen, nehmen Sie alle Masken ab. Das Leben wird von sich aus verschiedene Abenteuer und Erlebnisse in Ihre Tage bringen, lehnen Sie sie nicht ab. Aber erkenne das Maß. Selbst aufrichtige und positive Eigenschaften der Persönlichkeit können andere langweilen. Horoskopstier männlich. Die Sterne empfehlen Stiermännern nicht, zu viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Andernfalls können Sie anfangen, sich sowohl körperlich als auch geistig schlecht zu fühlen. Beschäftigen Sie sich nicht nur mit Ihren Angelegenheiten, lenken Sie sich davon ab und kommunizieren Sie mit Ihren Lieben. Es wird empfohlen, Ihre Freizeit mit der Entwicklung von beruflichen Fähigkeiten und persönlichem Wachstum zu verbringen. Stierhoroskop für die Frau. Für heute können Sie alle schwer zu realisierenden Fälle planen, denn Ihr Tag steht im Zeichen der ständigen Arbeit. Stier wird in der Lage sein, alles zu tun, wovon Sie schon lange geträumt haben, wofür Ihnen aber Zeit, Energie oder Ressourcen fehlten. Sie werden genug Energie haben, um alle Schwierigkeiten zu meistern, und Sie werden sich von Menschen kommunizieren, ist ein Trumpf, den Sie heute im Ärmel haben. Horoskop für heute für Zwillinge. Heute werden Sie das Bedürfnis verspüren, sich von der Welt und sogar von Menschen, die Ihnen nahe stehen, zurückzuziehen. Machen Sie das Ihren Mitmenschen klar, damit Sie sich keine Sorgen um Ihren Zustand machen. Im Laufe des Tages empfehlen die Sterne den Zwillingen, darüber nachzudenken, wie man die Dynamik und die Erwartungen in diesem Leben ein wenig reduzieren kann, um sich von den alltäglichen Sorgen, Problemen und Arbeitsabläufen zu lösen. Versuchen Sie, Harmonie in Ihrer Seele zu finden und entspannen Sie sich zum Abend hin. Zwillinge-Horoskop für Männer. Probleme zu Hause erfordern Ihr sofortiges Eingreifen und deren Lösung. Die Sterne empfehlen den Zwillingsmännern nicht, sich den ganzen Tag über mit Freunden und alten Bekannten zu treffen, denn das wird nur Müdigkeit in Ihr Leben bringen und jegliche positiven Gefühle ausschließen. Bleiben Sie trotzdem nicht zu Hause sitzen, sondern gehen Sie mit Ihrem Lieblingsmenschen spazieren, versuchen Sie durchzuatmen und tanken Sie neue Energie. Zwillinge-Horoskop für die Frau. Heute werden Intuition sowie alle Gefühle der Voraussicht den Zwillingen helfen, eine wichtige Entscheidung zu treffen oder einen Ausweg aus einer schwierigen Situation zu finden. Haben Sie keine Angst, sich auf Ihren sechsten Sinn zu verlassen, und er wird Sie bestimmt nicht im Stich lassen. Versuchen Sie, den Tag in einer Atmosphäre des geistigen Gleichgewichts zu verbringen, wenn möglich, seien Sie allein und verbringen Sie den Abend in einer intellektuellen Atmosphäre. Lesen Sie ein Buch, hören Sie klassische Musik, schauen Sie sich berühmte Gemälde an, das wird Ihnen helfen, innerlich aufzudanken. Krebshoroskop für heute. Der Krebs wird die Unterstützung von Freunden und anderen nahestehenden Menschen brauchen, also scheuen Sie sich nicht, Sie um Hilfe zu bitten, Sie haben Sie noch nie abgewiesen und werden auch in dieser schwierigen Situation versuchen, auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Extrem unerwünscht ernsthafte körperliche Anstrengung, Sport sollte von Ihrem heutigen Zeitplan ausgeschlossen werden, und der Tag im Allgemeinen sollte im Rahmen einer ruhigen Zeitvertreib gehalten werden. Krebshoroskop für Männer. Heute Rakami in den Händen von Informationen, die Ihren üblichen ruhigen Zustand beeinflussen, können Sie zu Emotionen bringen, aber versuchen Sie nicht, Ihnen nachzugeben, sonst können Sie Ihr Potenzial nicht realisieren. Wenn Sie ruhig bleiben um die Situation, wird es Sie mit einem Schub in Ihrer Karriere bieten, Sie werden in der Lage, große Erfolge in der beruflichen Tätigkeit zu erreichen. Heute sollten Sie sich nur auf sich selbst verlassen. Krebshoroskop für die Frau. Heute wird empfohlen, das Haus zu putzen und, als Folge davon, im Kopf Rakami muss ernsthaft überkommende Pläne, Ereignisse, Reisen nachdenken und all den Müll aus Ihrem Leben ausschließen. Meditation oder Gebet werden helfen, die Gedanken zu ordnen. Versuchen Sie, sich auf eine positive Stimmung einzustellen, und dann werden sich die Dinge von selbst positiv für Sie lösen. Heute Horoskop für den Löwen. Heute haben die Löwen einen leichten Tag, alles wird erfolgreich sein, so gut laufen, wie es sollte. Seien Sie jedoch nicht übermütig, denn im unerwartetsten Moment können Sie in eine sehr schwierige Situation geraten, die mit geschäftlichen Angelegenheiten zu tun hat und Ihre Kräfte übersteigt. Alle Abenteuer, die Sie unternehmen, sind kontraindiziert, und Sie sollten sich vor unüberlegten Handlungen hütten, die Ihre Zukunft prägen und Ihren Ruf beeinträchtigen können. Horoskop Löwe männlich. Heute ist kein günstiger Tag für Neuanfänge und Bekanntschaften, das Glück hat sich von den Löwen abgewandt, und sie sollten innehalten und über ihre Handlungen nachdenken. Pläne können sich nicht verwirklichen, und enge Freunde werden sich als Feinde erweisen. Diese Zeit sollte als Lebenserfahrung betrachtet werden und nicht als Grund für schwere Störungen und Depressionen. In dieser Phase müssen Sie Ihr Leben völlig umkrempeln, daher ist dies nur ein Anstoß und ein Anfang. Löwe-Horoskop für Löwe-Frau. Gehen Sie nicht über Ihre Schwächen hinweg, seien Sie selbstbewusst, so können Sie große Erfolge in Ihrer Karriere erzielen, aber vergessen Sie nicht, die besten Qualitäten Ihrer Persönlichkeit zu zeigen, bleiben Sie freundlich, ehrlich und edel. Auf diese Weise kannst du neue interessante Menschen in dein Leben ziehen, die dir später auf deinem Lebensweg helfen werden. Löwen, denken Sie über ihre beruflichen Pläne für die nächsten Wochen nach. Horoskop für heute für Jungfrau. Heute ist ein sehr günstiger Tag für wissenschaftliche Aktivitäten. Entdecken Sie etwas Neues auf dem Gebiet der Kunst, Philosophie, Psychologie, Literatur und Wissenschaft. Bilden Sie sich selbst weiter, das wird Ihnen helfen, Ihr Potenzial in einem neuen Bereich zu entfalten und wird zu einem angenehmen Zeitvertreib für den ganzen Tag. Finden Sie heraus, was Ihnen gefällt, studieren Sie das Thema gründlich, dann werden Sie in der Lage sein, in naher Zukunft mit Wissen zu glänzen, was Ihnen einen erfolgreichen Weg in Ihre Zukunft eröffnen wird. Horoskop für Jungfrau-Männer. Jungfrau-Männer könnten heute übermäßig nachtragend und reizbar sein. Versuchen Sie, solchen negativen Emotionen nicht nachzugeben, auch wenn Sie jemand verärgert, sonst riskieren Sie, körperlich krank zu werden. Versuchen Sie, Stress und Belastungen des Nervensystems zu vermeiden, denn alle Krankheiten gehen von den Nerven aus. Um sich aufzuheitern, sollten Sie Sport treiben, sich bewegen oder einen Spaziergang an der frischen Luft machen. Jungfrau-Horoskop für Jungfrau-Frauen. Ihre Freunde brauchen ihre Hilfe, aber in dieser Phase sind sie nicht bereit, Ihnen Mitgefühl zu zeigen. Aufgrund des Mangels an Freizeit haben Jungfrauen eine ganze Menge Probleme. Sie können sich nicht damit beschäftigen, die Schwierigkeiten anderer Menschen zu lösen. Um die Beziehung nicht zu verderben, versuchen Sie, überzeugende Gründe für eine Ablehnung zu finden. Schränken Sie die Treffen mit Ihnen für eine Weile ein und machen Sie eine Pause von Treffen mit Freunden. Manchmal hilft das nur, die Freundschaft zu stärken. Horoskop für heute für Waage. Jetzt Waage ist besser, von der Arbeit Team und die Gesellschaft als Ganzes zu abstrahieren, kurz in sich selbst gehen, analysieren Sie Ihre Handlungen und Taten, Ruhe, das Leben auf Pause setzen. Sie brauchen eine kurze Pause, sonst verlieren Sie die Kontrolle und scheitern. Bleiben Sie mit sich selbst allein und verbringen Sie den Abend mit etwas Angenehmem und Entspannendem. Waagehoroskop für Männer. Der Tag ist maximal günstig für die Arbeit, die Waage wartet auf den Erfolg. Endlich haben Sie das Glück, Ihre Autorität zu zeigen und Ihre Mitarbeiter zu beeindrucken. Ihre Worte und Gedanken werden genau sein und Ihre Handlungen sind konsequent und rational. Wenn Sie vor Menschen sprechen, werden Sie Freude und verdienten Zuspruch erhalten. Man wird Sie bewundern. Waagehoroskop für die Frau. Heute ist das Glück auf der Seite der Waage. Versuchen Sie sich in etwas Neuem und Kreativem. Versuchen Sie, alle Ihre Ideen aufzuschreiben, einige von Ihnen könnten in Zukunft Wirklichkeit werden. Und vergessen Sie nicht Ihre Attraktivität, die Männer werden heute buchstäblich auf Schritt und Tritt nach Ihnen verrückt sein. Aber werden Sie nicht zu arrogant. Das wird Sie nicht verschönern. Horoskop für heute für Skorpion. Skorpione sollten sich heute nicht auf Konflikte mit anderen einlassen. Unglücklicherweise werden Sie nicht in der Lage sein, in der bevorstehenden Auseinandersetzung kompetent genug zu sein, also ist es besser, zu versuchen, Sie auf jede mögliche Weise zu vermeiden. Finden Sie eine Alternative, die sowohl Ihnen als auch Ihrem Gegner gerecht wird. Wenn Sie nicht wissen, welche Entscheidung Sie treffen sollen, werfen Sie eine Münze. Hören Sie auf Ihren sechsten Sinn, er wird Ihnen in einem schwierigen Moment zu Hilfe kommen. Horoskop für Skorpionmann. Planen ist heute definitiv nicht Ihr Ding. Wie es der Zufall will, werden die Dinge für Skorpione außer Kontrolle geraten. Große Staus auf den Straßen, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Konflikte in Beziehungen, es ist, als ob das Leben Sie auf die Probe stellt, ob Sie damit zurechtkommen oder nicht. Versuchen Sie, sich zu beruhigen und sich zusammenzureißen. Übermäßige Emotionalität wird Ihre Probleme nur noch verschlimmern. Kalte Vernunft ist das, was Sie heute brauchen. Horoskop für Skorpionfrauen. Skorpione werden heute Nacht einen prophetischen Traum haben. Versuchen Sie, ihn sofort nach dem Aufwachen im Kopf durchzuspielen und schreiben Sie ihn auf ein Blatt Papier. Markieren Sie die wichtigsten und sich wiederholenden Symbole und lesen Sie deren Bedeutung im Traumbuch nach. Diese Zeichen werden Ihnen helfen, keine Fehler zu machen und in der nahen Zukunft im besten Licht zu erscheinen. Horoskop für heute für Schütze. Heute ist der beste Tag für Schütze, um sich ganz der Arbeit zu widmen. Engagieren Sie sich in Ihrem Unternehmen, steigen Sie die Karriereleiter hinauf, suchen Sie nach neuen Projekten. Es ist auch notwendig, mit Ihren Mitarbeitern und allgemein mit den Menschen um Sie herum Kontakt aufzunehmen. Seien Sie offen, aber vergessen Sie dabei nicht Ihr Selbstvertrauen und Ihre höchste Kompetenz. Um bei Laune zu bleiben, hilft Ihnen körperliche Betätigung, gehen Sie ins Fitnessstudio. Horoskop für Schützemann. Der Tag ist gekommen, an dem Schützemänner aufhören müssen, über kleine Geldprobleme nachzudenken und sich auf etwas Größeres konzentrieren sollten. Versuchen Sie, in großen Dimensionen zu denken, es ist längst an der Zeit, die bisherige Geldlosigkeit durch etwas Neues zu ersetzen. Fangen Sie heute an zu handeln. Entdecken Sie etwas Neues für sich, melden Sie sich für einen Kurs an oder lassen Sie sich in einem anderen Bereich ausbilden, das wird Ihnen helfen, Ihr Spezialgebiet zu erweitern. Horoskop für Schützefrau. Vermeiden Sie Streitereien mit nahestehenden Menschen, in diesem Fall werden die Schützen einen guten Tag haben. Entspannen Sie sich, atmen Sie aus und stimmen Sie sich auf die positive Energie ein. Nur wenn Sie sich in einem Zustand der Harmonie zwischen dem Äußeren und dem Inneren befinden, werden Sie erreichen können, was Sie wollen. Überlasten Sie sich heute nicht mit schwierigen Dingen Arbeit, Putzen, Sport. Wenn möglich, verschieben Sie das alles auf morgen. Eine angenehme und unerwartete Begegnung erwartet Sie am Abend. Horoskop für heute für Steinbock. Heute können Steinböcke zu verschiedenen Geburtstagsfeiern und gesellschaftlichen Ereignissen eingeladen werden, die eine Menge finanzieller Investitionen erfordern werden. Aber werfen Sie nicht mit Geld um sich, es gibt ernstere Anschaffungen, die Sie tätigen müssen. Überprüfen Sie den Zustand Ihres Autos und seien Sie vorsichtig im Straßenverkehr. Eine maßvolle Fahrt wird Ihnen helfen, einen Unfall zu vermeiden. Steinbockhoroskop für Männer. Für Steinböcke ist es an der Zeit, ihre Ängste zu überwinden und sich vorwärts zu bewegen. Beschäftigen Sie sich mit Ihrer persönlichen Entwicklung und achten Sie nicht auf die Meinung anderer. Hüten Sie sich jedoch davor, Ihre Pläne mit Menschen außerhalb Ihres Arbeitsbereichs zu teilen. Das kann unangenehme Folgen für Sie haben. Es ist also besser, Ihre Meinung nicht zu äußern, die vielleicht mit der Meinung der Mehrheit übereinstimmt. Steinbockhoroskop für die Frau. Steinböcke warten auf einen Tag voller Erfolg und Glück. Seien Sie offen für neue Vorschläge. Höchst wahrscheinlich werden Sie interessante Angebote im beruflichen Bereich erhalten. Machen Sie sich gründlich mit allen Unterlagen vertraut und beeilen Sie sich, sie anzunehmen, Sie werden Ihnen Gewinn bringen. Der Abend wird nicht so fröhlich sein wie die erste Tageshälfte, aber verzweifeln Sie nicht. Am Ende des Tages ist es besser, sich von den Arbeitsthemen zu entfernen und sich um die häuslichen Annehmlichkeiten zu kümmern. Horoskop für heute für Wassermann. Die Sterne empfehlen den Wassermännern heute, alle Treffen zu verschieben oder auf einen anderen Tag zu verschieben. Aber regen Sie sich nicht auf oder ärgern Sie sich, minimieren Sie heute alle negativen Emotionen. Manchmal sollten die Dinge nicht so laufen, wie Sie es sich wünschen. Versuchen Sie, alle Meinungsverschiedenheiten und Konflikte friedlich zu lösen, es gibt keinen Grund, sich übermäßig zu äußern. Verlassen Sie sich nicht auf neue Bekanntschaften, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wassermannhoroskop für Männer. Es ist ein großartiger Tag für Wassermänner, um etwas Sport zu treiben. Wenn Sie noch nicht regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, ist es an der Zeit, eine Dauerkarte zu kaufen. Am besten ist es, keine großen Pläne für den Tag zu schmieden, denn die könnten im Handumdrehen zunichte gemacht werden. Verlassen Sie sich auf den Zufall. Bleiben Sie in Harmonie mit sich und der Welt, bleiben Sie ruhig und gelassen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Lieben, rufen Sie Ihre Eltern und einen geliebten Menschen an. Wassermannhoroskop für die Frau. Alles, was sich Wassermänner gewünscht haben, wird in Erfüllung gehen. Aber Sie werden Gönner oder Familienmitglieder brauchen, die Ihnen helfen, Ihre Wünsche zu verwirklichen. Scheuen Sie sich nicht, Bekannte um Hilfe zu bitten, Sie werden Ihnen gerne den nötigen Rat geben. Energie, die in Richtung Arbeit und Finanzen gerichtet ist, lässt Sie nicht warten und wird bald die gewünschten Früchte bringen. Kümmern Sie sich in der zweiten Tageshälfte um das Putzen, Kochen und andere Hausarbeiten, Sie erfordern heute Ihr Eingreifen. Horoskop für heute für Fische. Heute Fische erwartet einen angenehmen Tag mit Freude und Positivität gefüllt. Anpassungsfähigkeit an die Situation und Pünktlichkeit werden Sie den ganzen Tag über begleiten. Nutzen Sie dies aus. Aber planen Sie nicht zu viele Termine und wichtige Angelegenheiten, Ihre Gesundheit könnte sich verschlechtern. Sollte dies der Fall sein, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Sonst verschlimmert sich das Problem später und Sie müssen sich krankschreiben lassen. Fischehoroskop für Männer. Es kommt eine günstige Zeit, um Ihre Position zu ändern. Erinnern Sie sich an all Ihre Verdienste bei der Arbeit im letzten Monat und schlagen Sie Ihrem Vorgesetzten vor, Ihre Kandidatur für eine höhere Position in Betracht zu ziehen. Heute werden Fische bei der Erreichung ihrer Ziele durch Charme und Beretsamkeit unterstützt. Selbstvertrauen und die Bereitschaft, härter zu arbeiten, werden Ihnen einen begehrten Posten sichern. Fischehoroskop für die Frau. Fische, treffen Sie ernsthafte Entscheidungen. Heute ist der günstigste Tag dafür. Machen Sie einen Plan für den kommenden Monat, wenn nötig, sogar eine Karte der Wünsche. Schreiben Sie alles auf, was Sie in naher Zukunft erreichen wollen. Denken Sie sorgfältig über mögliche Strategien nach und beginnen Sie zu handeln. Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf das, was Ihnen vorschwebt, dann wird Ihr bemühenwürdige Früchte tragen.